Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way2Go. Weiter geht's hier mit, in Anführungszeichen, Level 6, Stufe 6. So. Wir müssen ja hier mal fertig werden. Das ist ja... Aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile gehen. Deswegen mache ich aber auch nur das Abenteuer, weil den Rest noch zeigen, das wäre viel zu viel. Mit 400 Level... Ne, das kann ich keinem antonnen. So. Ähm. Den kann ich essen, der kommt aber wieder. Drei Mal. Oje. Hm. Der muss wahrscheinlich hier runter. Also hier kommt auf jeden Fall das schon mal hin. Dann kommt hier das hin. Warte mal. Ich lasse einfach mal laufen. Ja. Okay. Okay, 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 okay. 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 Na. Wo gehst du da drauf? So. Nochmal. Okay. Ja, das ging ja schnell. Manchmal kann ich richtig stolz auf mich sein, irgendwie. Ach du Scheiße. Ähm. Hallo? Äh. Was war das? Filmfehler? Ein Fehler in der Matrix? Also, wenn ihr das nicht gesehen habt, ich hatte gerade einen weißen Bildschirm. Es kam aber vom Spiel, nicht vom Rechner. Zum Glück, toi, toi, toi. Ähm. Sehr komisch, irgendwie. Keine Ahnung. Hat anscheinend keinen Bock auf das Level oder so. Ähm. So. Okay. Ihr Lieben. Moment, ich lasse erstmal laufen. Ähm. Okay. Das funktioniert schon mal gar nicht, weil das kann so nicht funktionieren. Ähm. Okay. Ich merke schon, das ist wieder so ein Level, wo ich mich wieder 50 Folgen dann aufhalten kann. Ich bin immer so glücklich. Also, die muss ich auf jeden Fall schon mal machen. Dann suchen wir uns erstmal so. Okay. Die ist so eine kleine Fliege, die ärgert mich gerade. Sorry, dass ich gerade jetzt nicht so viel gelöst habe. Ähm. Falscher Ansatz. Völlig falscher Ansatz. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die hier oben überhaupt irgendwie wegsprengen sollte. Ich komme mal da zurück. Ähm. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Könnte das jetzt funktionieren? Haha. Haha. Okay. War jetzt nicht ganz so aussichtslos. Ach du Scheibenkleister. Ähm. 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 Okay. Ach. Was? 48 Schritte? Ach du Scheiße. Müssen wir dreimal hier rumlaufen? Okay. Hm. Hm. Der schiebt den da hin. Dann. Aha. 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 Ich mache einfach mal. Ich mache einfach mal. Wir können ja probieren und immer in Schritten wieder zurückgehen. Das ist ja alles kein Ding hier. Das ist ja alles kein Ding hier. Das funktioniert nicht, was ich hier mache. Okay. Gut. Ja. Also. Wenn ich ruhiger bin, dann äh. bitte nicht verurteilen. Ähm. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier hinten hin muss. Ich glaube, der Weg war schon nicht so verkehrt. Nee. Lassen Sie den erstmal weg. Okay Probieren wir mal was anderes aus Das wird schon funktionieren, denke ich Hoffe ich Ich hoffe, du gehst jetzt nach unten Okay Ja Ja Ja